Lebendig ist bereit für den zweiten Titel. Was hören wir? Der nächste Song heißt Freitag. Vorhin waren wir beim Alltag, jetzt sind wir beim Freitag. Also von daher viel Spaß. Es ist mal wieder Montag, der Kaffee wirkt noch nicht. Ich hab kaum die Augen auf und auch geht's schon wieder los. Das Gedankenkarussell, es dreht wie wild im Kreis. Im Zentrum steht nur eins, da steht nur diese eine Frage, die ich immer bei mir trage. Verdammt, wann ist denn Freitag? Wann bist du endlich da? Roll den roten Teppich aus, in der Hoffnung ist da. Verdammt, wo bist du Freitag? Lass dich mal wiedersehen. Ich vermisse dich schon seit Samstag und ich hoffe, dass du's verstehst. Ich hoffe, dass du's verstehst. Oh, oh, oh. Beliebbar jung und alt, sein Stil so elegant. Richter oder Henker, ob Blucher oder Banker. Sie alle wollen ihn sehen und am besten niemals gehen. Im Zentrum steht nur eins, da steht nur diese eine Frage. Dann werden lebendig, hier mit komplettem Besteck auf der Kultur, in Spiele, Licht, Ton, Videomäßig, alles wird hier gegeben. Oh, 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 oh. Verdammt, wann ist denn Freitag? Wann bist du endlich da? Roll den roten Teppich aus, in der Hoffnung ist da. Verdammt, wo bist du Freitag? Lass dich mal wiedersehen. Ich vermisse dich schon seit Samstag und ich hoffe, dass du's verstehst. Ich hoffe, dass du's verstehst. Oh, 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 oh. Ich hoffe, dass du's verstehst. Oh, 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 oh. Ich hoffe, dass du's verstehst. Wunderbar, das war lebendig. Und Sie werden auch hier livehaftig an einem Freitag auftreten. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Kauft Tickets, bestellt Tickets. Der Online-Shop ist natürlich geöffnet. Ich hoffe, dass du's verstehst. Vielen Dank.